Hallo, kurze Information zu meinen Produkten, ich fahre bald an FIFA 13, dann, was habe ich noch für Apple TV, dann habe ich noch, was gibt es denn noch, Comic, und ich werde jetzt bald mit dem Latschern kommen, aber die mir über bestimmte Themen unterhalten, die dürft ihr ja noch suchen. Schaut, dann bleibt mal irgendwie ein Pullit vorbei, dann beim DMC-Spieler, und bei Gamefellern auch, der zu dieser Zeit macht unsere Hamster-Videos, aber ist egal, bei White Titty, bei Apple TV, bei Apple Crime Reloaded, ja, und schaut euch das nächste Mal an, wenn es heißt, come on, baby, und jetzt, also, make it easy, ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.